Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar Rust und ich bin hier auf dem Server von Gronkh und Sarazza Sergeant Rumpel Torbinator und ich suche jetzt mal die Leute sind mein Lieblings Let's Player und ja, jetzt gehen wir noch mal los. Waffe mal hier laden, man suche mal, wo die sich denn rumtreiben können. Ich glaube, ich sage mal der Straße nach. Ich hoffe es nicht, dass ich gleich da umgepasht wird. Das ist natürlich mega fail. Ähm, ähm, was sind das für viele Bären? Leck mich am Arsch. Müssen sie so schnell abhauen. Das sind mega viele. Oder war das ein Grafik Bug? Ah, oder sind das die, die halt in der Nähe von dem sind und dann so vergiftet sind? Das könnte ich mir vorstellen. Egal, ich laufe weiter. Das ist wahrscheinlich eine lange Suche. Aber wir können ja mal schauen. Okay, ich glaube, wir wollen hier bei links laufen. Mal schauen. Ich glaube, jetzt haben wir da lang. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Habe ich mir jetzt auch nicht genau angeschaut. Einfach so, just for fun. Essen habe ich noch genügend. Passt alles also. Ich habe ja schon mal auf dem Server gespielt. Und habe mir da schon ein bisschen was zusammengefarmt. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Wollen wir mal Glück haben? Oder natürlich auch mega Pech. Okay, ich laufe jetzt mal hier lang weiter. Ich schreibe mir da nochmal. Habe ich ganz vergessen. Hinter. Hi. Ich schreibe einfach mal Hi. Vielleicht. Denken Sie sich. Oh mein Gott, was macht der wieder hier? Man kann es mal versuchen. Ich würde wahrscheinlich eh niemanden zurückschreiben. Aber das ist mir egal. Oh, Sarazza schreibt sogar. Sehr, sehr freundlich. Ich schreibe mal zurück. Ich schreibe mal zurück. So. Haben wir jetzt auch geregelt. Und hofft, dass sie das checken. Aber wahrscheinlich, wenn ich da ankomme, ballern sie mich über einen Haufen. Gut, selbstverständlich. Die schuften. Und tun alles dafür für das Let's Play. Und wenn dann irgend so ein kleines Kind oder irgend so ein nervtötigen Aufmerksamkeits-Defitis kleines Kind kommt und meint, sie müssen die niederballern, ist natürlich scheiße. Verstehe ich natürlich auch. Aber ich will echt denen nichts Böses und einfach mal mit denen vielleicht ein bisschen quatschen. Und ich hoffe natürlich, dass es dann nicht... dass die mich nicht gleich... killen. Okay. Ich weiß, dass sie am Wasser sind irgendwo. Aber genau weiß ich auch nicht wo. Hier könnte es sogar irgendwie sein, dass die hier sind. Ich weiß nicht. Ich gehe mich aber auf die Suche. So. Nee, dies war nicht so da dran. Ich glaube, die sind etwas weiter hinten. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Langsam. Ah. Ist echt gar nichts. Erstmal kurz was. Dürfte ich erstmal nicht sterben. Welche Munition habe ich eigentlich dabei? Na, guck ich nicht so viel. 8 und 9 sind Schuss, also kann ich nochmal zweimal nachladen. Okay, da hat es wieder die komisch roten Bären. Oder ist es vielleicht ein Grafikpack? Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht vorstellen. Oh, nee. Alter, wie viel sind das denn? Er leckt mich am Arsch. Aber das fleißig kann ich nicht verwenden, da es vergiftet ist. Ja, da kommt es sogar nach. Und ich schaue weiter. Wir müssen auf jeden Fall an der Küste sein, irgendwo. Oder ist es vielleicht ein neuer Server? Dann weiß ich es nicht. Nee. Jetzt komme ich in den Radiation-Bereich. Ich weiß gar nicht, ist es eine Stadt in der Nähe? Oder Zombies? Ich sehe es gerade gar nicht. Okay, da ist der... Also bin ich weit weg. Hier ist schon mal der Hangar. Ich glaube, die sind jetzt hier rechts in die Kurve rein. Da haben die sich wieder einen neuen Server geholt. Ich weiß nicht. Das ist halt hier die Frage. Ja. 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 Hm. Nee. Ich bin, glaube ich, totally falsch. Ach ja. Ich glaube, noch eins weiter. Aber die Grafisch hat schon geil im Sonnenuntergang schon mega gemacht. Und ist ja noch in der Early Äh, Pre-Alpha, die Alpha und ist schon richtig geil gemacht. Ich hoffe echt nicht, dass sie mich jetzt über einen Haufen ballern. Aber ich muss sie erst mal finden. Das ist natürlich Qualität Nummer eins. Vier da vorne sind die echt. Ja. Die gehen mal ohne Waffe hin. Das ist schon kacke. Das ist schon kacke. Ich weiß gerade gar nicht, wie man redet. Ich muss kurz in den Optionen nachschauen. Ähm. Sound. Left. Voice. V. Hm. Geht aber irgendwie nicht. Nochmal Escape. Voice. Chat. Return. V. Ah, okay. Reden mit Zambi, Wölfen und Bären. So, und herzlich willkommen zurück. Sorry, dass ich auf Exit geklickt habe. Passiert dann mal. Und wir wollten ja schauen, wie man redet. Und wir reden mit V. Okay, alles klar. Ich pische mich mal an. Aber mit eins. Mit der Exit. Hex. Hex. Headjet. Dass sie mich nicht gleich abballern. Okay. Jetzt sind die. Ich hoffe nicht, dass sie uns mich abballern. Geht das schon mal Licht? Ich hoffe, dass sie mich jetzt echt abkühlen. Ich sag jetzt einfach mal hallo. Hallöchen. Ich schau jetzt einfach mal zu, was die machen. Ich weiß noch nicht mal, ob sie aufnehmen. So. Da ein bisschen lieber weg. Ich wollte mich ganz gleich abknallen. Okay, ich habe Lederboots. Campfire. Okay, sie sind schon draußen. Sie haben Pistolen. Die schießen auf mich. Ich gehe mal lieber weg. Ich wurde hier. Also haben sie da schon Pistolen. Das ist ja kein Wunder, dass ich weiß, wo das Camp ist. Aber ich will denn noch nichts tun. Gibt es aber auch Risiko, dann sind sie mich halt Luden, ist mir egal. Okay, die sind ziemlich aggro. Aber ich nehme auf. Ich kann das Beweis mit Material. Habe ich hier. Okay, die machen jetzt so. Ja gut, ich stalk ziemlich, ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich vercamp mich hier mal.